Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Star Wars Canon. Heute reden wir über Star Wars Ahsoka. Dieser Roman spielt ungefähr ein Jahr nach die Rache der Sith und in diesem Roman geht es halt um Ahsoka Tano, die jetzt nicht wirklich weiß, was nun ihr Platz in der Galaxis ist, die so von Planet zu Planet reist im Outer Rim und eigentlich nur versucht, irgendwie den Fang des Imperiums zu entkommen und nicht weiß, bin ich jetzt noch eine Jedi, bin ich keine Jedi, was soll ich tun in der Galaxis und soll ich nur von meiner eigenen Vergangenheit fliehen und von dem Imperium flühen oder kann ich vielleicht wirklich Leuten helfen? Darum geht es in diesem Roman. Und Ahsoka landet irgendwann auf dem Planetenradar, wo dann natürlich auch wieder das Imperium landet und sie hat sich dort mit ein paar Farmern angefreundet und arbeitet dort dann als Mechanikerin, als dann das Imperium halt auf den Plan tritt und langsam anfängt, im Endeffekt die Farmer zu versklaven, um dort Rohstoffe anzubauen, um damit Nahrungsmittel für die Sturmtruppen herzustellen. Und Ahsoka fasst dann aber den Entschluss, nein, ich möchte diesen Farmern helfen und sie unterstützen im Kampf gegen das Imperium. Dieser Roman ist auch erschienen, noch bevor die letzte Staffel von The Clone Wars rausgekommen ist und in diesem Roman wird zum Beispiel ganz am Anfang Bezug genommen auf die Schlacht von Mandalore, die wir ja in der siebten Staffel von The Clone Wars dann auch gesehen haben. Allerdings wird das ein bisschen anders beschrieben. Ihre Lichtschwerter sind dort zum Beispiel grün und nicht blau, so wie in der Serie. Auch wie sie Darth Maul gefangen nimmt, wird anders beschrieben. Und ich weiß, da haben sich zum Beispiel viele Fans dran gestört, als die siebte Staffel von The Clone Wars rausgekommen ist. Ich muss jedoch ganz ehrlich sagen, es ist sowas von Wumpe. Es sind so kleine Details, die hier nicht 100% mit anderem Kennen übereinstimmen. Das ist aber so verschwindend gering, dass es dem Buch überhaupt keinen Abbruch tut. Und ich meine, wenn man weiß, was in der siebten Staffel passiert ist und es dann hier liest, es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist halt nicht nur eins zu eins genau das Gleiche, aber ich finde, da kann man nun wirklich ein Auge zudrücken. Und ich glaube, eine zweite Auflage von dem Roman ist jetzt auch schon in Arbeit, dass die Ereignisse ein bisschen mehr aufeinander abgestimmt werden. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich die Kritik nicht so wirklich nachvollziehen. Und sonst muss ich wirklich sagen, ich fand den Roman klasse. Und bei den anderen drei Star Wars Canon Romanen, die ich bis jetzt gelesen habe, da muss ich sagen, ich fand die alle gut, aber jetzt auch nicht irgendwie überragend. Und ich muss sagen, da hat mir jetzt Ahsoka wirklich am besten gefallen, weil ich fand, das Buch hatte auch ein richtig, richtig tolles Pacing. Das war auf keiner Seite jetzt irgendwie langatmig oder so. Ich fand die Story, die wurde wirklich in einem schönen Fluss erzählt, aber die war auch nicht zu schnell erzählt für meinen Geschmack. Wie zum Beispiel bei Schülerin der dunklen Seite und hat auch nicht zu viele Nebenplots, dass es irgendwie unübersichtlich geworden ist oder so. Sondern das war ein wirklich sehr stringentes, angenehmes Lesevergnügen im Endeffekt, was auch wirklich gut strukturiert war. Vor allem auch, wie sich das Maß der Antagonisten hier irgendwie gesteigert hat. Man fängt zum Beispiel an und da sind die Antagonisten noch normale Sturmtruppen und dann steigert sich das ein bisschen. Dann kommt wie so ein imperialer General dann auf einmal dazu und dann kommt auch noch einer der Inquisitoren dazu. Und so steigert sich das Buch allmählich und das fand ich doch wirklich sehr, sehr angenehm zu lesen und hat mich wirklich sehr gut bei der Stange gehalten. Und wie gesagt, Ahsoka bekommt es hier auch mit einem der Inquisitoren zu tun und zwar mit dem sechsten Bruder. Und ich muss sagen, in den Comics und auch in Star Wars Rebels, wie gesagt, ich war nie ein großer Fan der Inquisitoren und in den Comics fand ich sie jetzt auch nie wirklich so doll. In dem Buch ist er aber wirklich ganz cool dargestellt und hat auch eine richtig gute Endszene mit Ahsoka, ein Endkampf, wo der natürlich mit seinem Doppellichtschwert gegen Ahsoka kämpft, die ja keine Lichtschwerte hat. Weil die hat sie ja auf dem Planeten gelassen, wo sie am Ende von The Clone Wars mit dem republikanischen Kreuz abgestürzt ist. Also sie muss komplett ohne irgendwelche Waffen gegen diesen Inquisitoren dann kämpfen und das ist so gut beschrieben, wie sie es schafft, einfach nur durch die Macht mit ihm auf einer Höhe zu bleiben und einfach nur auf die Macht vertraut und durch die Macht dann seinen Hieben ausweicht und so weiter. Und dann im Endeffekt sein Lichtschwert einfach mit der Macht zerstört und das explodiert dann und dann stirbt auch der sechste Bruder. Das war ein wirklich sehr, sehr cooler Endfall, den ich zum Beispiel so auch gerne mal in einem Film oder einer Serie sehen würde. Was das Buch auch allgemein sehr gut macht, ist darzustellen, wie das Imperium agiert, wenn sie auf anderen Welten sich ausbreiten. Und ich habe ja das letzte Mal über den dritten Darth Vader Comic gesprochen und das war ein ziemlich nahtloser Übergang von diesem Darth Vader Comic hin zu diesem Ahsoka Roman, weil es irgendwie Thema ist in beiden von diesen Geschichten, wie das Imperium sich ausweitet und andere Welten sich dem Imperium unterwerfen müssen. Und das ist wirklich krass beschrieben, wie das Imperium da hier vorgeht, wie die da zum Beispiel die Farmer unterwerfen und eigentlich arbeiten lassen, bis sie tot umfallen im Endeffekt, nur um den Planeten komplett auszubeuten und zwar so weit, bis der Boden komplett unfruchtbar ist, um im Endeffekt danach den Planeten einfach wieder zu verlassen und den Farmern zu sagen, ja, ist jetzt euer Ding, was ihr mit dem Rest des toten Planeten macht. Also ja, da kommt wieder sehr, sehr stark diese Kolonialismus-NS-Regime-Metapher durch. Da gibt es dann zum Beispiel auch eine Szene, wie die richtig skrupellos in so einer Kantine einfach jemanden abknallen von den Farmern und so. Und das ist wirklich übel beschrieben, also das ist ziemlich hart, wie die hier vorgehen. Finde ich aber auch gut, weil vor allem in der Original-Trilogie die Sturmtruppen... ...so wirklich ernst nehmen kann man sie ja eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das im restlichen Canon ein bisschen korrigieren. Eine andere Passage in dem Buch, da wird ganz kurz beschrieben, wie Esauka nach Illum reisen will, um neue Kyber-Kristalle zu finden. Und das Imperium aber schon lange vor ihr dort angekommen ist und die Illum eigentlich komplett abernten. Und der ganze Planet im Endeffekt stirbt vor ihren Augen. Und das ist eine sehr traurige Szene, wenn man vor allem weiß, dass die Kyber-Kristalle leben und ein ganz besonderes Verhältnis zur Macht auch noch und für Jedi darstellen und so weiter. Und wenn man dann liest, dass der ganze Planet im Endeffekt schon am Verrotten ist, weil das Imperium den so ausschlachtet, um wahrscheinlich den Todesstern damit zu füttern. Sonst, es gibt ein paar coole Connections zum Rest des Star Wars-Universums. Es wird zum Beispiel auch immer wieder auf ein paar andere Folgen von The Clone Wars eingegangen, wenn Ahsoka zum Beispiel an einen anderen Planeten denkt. Und dann wird ganz kurz beschrieben, was sie dort für ein Abenteuer hatte. Aber vor allem, es taucht hier auch Bail Organa auf. Und Bail Organa, da wird hier so beschrieben, sein Alltag. Da gibt es zum Beispiel auch eine richtig süße Szene, wie er sich um Leia kümmert, die zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr alt ist. Und dass er große Angst davor hat, dass das Imperium das rausfindet und wie er sich einsetzt für die ganz normalen Bürger, die vom Imperium unterworfen werden. Und der schließt sich dann nämlich auch mit Ahsoka zusammen und geht mit ihr zusammen gegen das Imperium auf Radar vor. Und dann hört das auch so auf, dass sie sagt, ey, ich will weiter mit ihr zusammenarbeiten. Und sie gründen eigentlich quasi den Kern der neuen Rebellion. Und Ahsoka nimmt auch ganz zum Schluss den Namen Fulcrum an, den sie dann ja auch weiterträgt in Star Wars Rebels. Ahsoka baut sich hier zum Schluss auch zwei neue Lichtschwerter. Das sind dann auch die weißen Lichtschwerter, die man in Rebels sieht. Aber sonst ist der Roman eigentlich kein großes Actionfeuerwerk oder so, sondern es geht wirklich nur um Ahsoka. Und ich finde das wirklich toll, weil man geht wirklich in den Kopf von Ahsoka rein in dem Buch. Und sonst ist Star Wars oft sehr, sehr plot-driven. Und ich hatte das Gefühl, dieser Roman ist recht character-driven eigentlich für eine Star-Wars-Geschichte. Und das fand ich wirklich schön. Man bekommt wirklich irgendwie ein Gefühl dafür, wie sich Ahsoka jetzt fühlt, wie verloren sie sich in der Galaxis fühlt und wie betrogen und verraten irgendwie auch. Und dass sie niemandem mehr vertrauen kann und dass sie im Endeffekt komplett im Krieg aufgewachsen ist. Und eigentlich gar nichts anderes kennt als Krieg und deshalb nicht weiß, was jetzt ihre Aufgabe in dem Universum ist. Das hat der Roman wirklich geschafft, das gut zu transportieren. Von daher muss ich sagen, ich kann den eigentlich wirklich nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr Fan seid von The Clone Wars und Fan von Ahsoka. Dann macht dieses Buch wirklich sehr, sehr viel Spaß zu lesen. Als Begleitmaterial empfehle ich euch zu dem Buch auf jeden Fall die Siege of Mandalore, also die letzten vier Folgen von der letzten Staffel von The Clone Wars. Und auf jeden Fall auch noch aus der fünften Staffel von The Clone Wars die Folge, wo sie mit den Jedi-Jünglingen auf dem Planeten Illum ist, um dort die Kyber-Kristalle für die Lichtschwerter zu finden. Also ein wirklich gutes Buch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und das nächste Mal reden wir über einen weiteren Roman und zwar die Sith Lords. Tja, dann hoffe ich, wir sehen uns da und dann würde ich sagen, macht's gut, bis denn, ciao und möge die Macht mit euch sein.